Der Teufel in der Tat Wir schauen uns mal einige Beispiele anschauen, wo wir die Zahl 666 wiederfinden. Wir schauen zunächst einmal ins Buch der Offenbarung in Kapitel 13 ab Vers 16, denn da lesen wir die bekannten Verse. Oder die Zahl seines Namens. Hier ist Weisheit, wer das Verständnis hat, der berechne die Zahl des Tieres, denn es ist die Zahl eines Menschen und seine Zahl ist 666. Wie das Ganze jetzt in Verbindung steht mit dem Alten Testament, diese Zahl, und mit König Salomo und Hiram und so weiter, das ist nicht das Thema dieses Videos. Aber wir wollen uns mal anschauen, in der Tat einige Beispiele, wo wir diese Zahl, die auch laut Bibel mit dem Teufel und dem Antichristen in Verbindung steht, wo wir diese Zahl wiederfinden. Und hier haben wir gelesen, hier wird es auch in Zusammenhang gebraucht mit dem Malzeichen, ohne den man nicht kaufen oder verkaufen kann. Und auch wenn es jetzt nicht das Malzeichen ist, so ist es sehr erstaunlich, was der Barcode sozusagen verheimlicht, nämlich 3,6. Es wird berichtet, gerade heute werden wir zeugen, wie das Kaufen und Verkaufen immer mehr monopolisiert wird, insbesondere durch die Zentralisierung des Zahlungsverkehrs. Verblüffenderweise spielt dabei die Zahl 666 eine entscheidende Rolle. Allgegenwärtig ist die Zahl beim Kaufen und Verkaufen in Form der Strichcodes, also des Barcodes, genannt EAN. Ganz links in der Mitte und rechts werden jeweils drei gleiche dicke Doppelstriche über die Länge der anderen Striche hinausgezogen und dafür steht bei ihnen keine Zahl. Stünde bei diesen drei gleich dicken und gleich langen Doppelstrichen eine Zahl, wäre die Darstellung offensichtlich, denn diese identische Doppelstriche stehen für die Zahl 6. In jedem Strichcode wären also die Zahl 666. Und wenn wir uns das Bild in der Mitte hier anschauen, diesen Strichcode, dann sehen wir in der Tat, wie es aussehen würde, wenn man die Zahlen zu diesen beiden drei Strichcodes hinzufügen würde, am Anfang, in der Mitte und am Ende, nämlich drei Sechsen. Und auch oben in diesem kleineren Bild, rechts oben, sehen wir dasselbe Beispiel. Ganz links, ganz rechts und in der Mitte sehen wir zwei Strichcodes nebeneinander und das ist dann die Zahl 6. Das ist hier in der Mitte auf dem Bild, wo die Zahl 6 auch zu sehen ist, ein dicker Balken ist. Das liegt daran, dass es einfach in der Mitte noch andere Striche sind, aber im Allgemeinen können wir feststellen, die Zahl 666 in der Tat kann heute fast niemand mehr kaufen oder verkaufen, jedenfalls ohne diesen ERN-Code, diesen Barcode. Und das ist doch sehr erstaunlich und damit eine kleine Erfüllung dieser Prophezeiung aus Offenbarung 13. Aber wir schauen uns noch einige andere Beispiele an. Schauen wir uns mal den ersten Apple-Computer an. Rechts sehen wir ein Bild, sieht eher aus wie eine alte Schreibmaschine. Und das ist der Apple One. So wird berichtet, die Geschichte von Apple seit 1976. Im Mai 1976 wurde der Apple One auf dem Meeting des Homebrew-Computer-Clubs vorgestellt. Der Rechner kostete 666 Dollar und 66 Cent. Tja, der erste Computer von Apple kostete 666 Euro, äh Dollar. Und wir wissen ja auch der Name Apple, also Apfel zu deutsch, das Logo. Rechts unten sehen wir einen abgebissenen Apfel und das soll ja auch an den Sündenfall erinnern, als die Schlange Eva und Adam verführt hat, beziehungsweise zunächst Eva, dass sie vom Baum der Erkenntnis probiert von dieser verbotenen Frucht. In der Bibel steht zwar nicht, dass es ein Apfel war, aber in der Geschichte hat sich das so eingebürgert. Und deswegen ist es schon erstaunlich, denn auch im American, im Film, American Satan aus dem Jahr 2017, sagt jemand, der den Teufel verkörpert in diesem Film zu einem Bandmitglied, Und sieh mal nach, was der erste Apple-Computer gekostet hat. 666 Dollar. Ja, 666 Dollar. Die verbotene Frucht, von der ein großes Stück abgebissen ist. Ein großartiges Logo. Nun, das sagt der Teufel in diesem Film American Satan. Und deswegen haben wir hier nicht nur die verbotene Frucht, diese Apfel, sondern auch die Zahl 666 und 66 Cent hat man damals für diesen alten Apple-Computer ausgegeben. Der erste Apple-Computer überhaupt. Und wir schauen mal in den Garten Eden mal kurz hinein, um diese verbotene Frucht auch mal in den Einklang der Bibel zu bringen. Da heißt es in Genesis 3, Vers 6, Also im Grunde genommen könnte man sagen, Satan verführte durch Umwege vielleicht die Schlange, die Schlange verführte Eva, Eva verführte ihren Mann. Und deswegen hat Adam zum Beispiel keine so gute Entschuldigung wie Eva. Eva wurde von der Schlange von Satan vielleicht sogar persönlich verführt und Adam von seiner eigenen Frau. Deswegen beide waren Gott nicht gehorsam und das sind viele Menschen heutzutage auch nicht, vor allem in der Unterhaltungsindustrie. Aber da kommen wir noch hin. Wenn wir hier schon beim Thema Computer sind, so schauen wir auch mal, was wir am Computer machen. Wir gehen ins Internet und dann geben wir immer www.ein. Und so heißt es, auch das Internet werden als Zeichen des Antichristen gedeutet, da die drei Ws in World Wide Web, also www. als der hebräische Buchstabe war verstanden werden, der den Zahlenwert 6 hat. In der Tat, wenn wir www eingeben und dieser Buchstabe warf hat nun mal diesen Zahlenwert 6, dann können wir sagen, www ist genau identisch mit übersetzt 666. Das heißt, um überhaupt ins Internet reinzukommen, geben wir übersetzt auf eine andere Zahlenwertssprache sozusagen die Zahl 666 ein. Nun, das heißt jetzt nicht, dass das alles verflucht ist, aber wir wissen, der Teufel steckt im Detail. Und manchmal sieht man das nicht so offensichtlich. Hinter dem Augenscheinchen stecken manchmal Dinge, die wir nicht so wahrnehmen, aber deswegen habe ich mir gedacht, schauen wir uns auch mal einige Dinge an. Und als nächstes schauen wir uns auch an etwas, was mit dem Papst in Verbindung gebracht wird. Nämlich die Tiara, das ist so eine Art Krone des Papstes, die der Papst jetzt nicht andauernd an hat, aber die auf jeden Fall schon sehr viel Autorität sozusagen beinhaltet. Und in dieser Tiara heißt es auch Vicarius Filii Dei und auf Lateinisch. Und wir schauen uns mal an, was es damit auf sich hat. Und so wird berichtet, mittelalterliche Exegeten ordneten die Zahl in antipapistischer Polemik dem Papst zu, und zwar entweder einem bestimmten Amtsträger oder generell dem Oberhaupt der römischen Kirche. So sollte auf der Tiara des Papstes, auf dieser Krone, die wir recht sehen, geschrieben stehen Vicarius Filii Dei, und das heißt Stadthalter des Sohnes Gottes, woraus sich in chronografischer Zählweise die Summe 666 ergebe. Vicarius Filii Dei hat also den Zahlenwert 666, ist eine Krone des Papstes, die Tiara, und steht sozusagen übersetzt für den Stadthalter des Sohnes Gottes, was der Papst angeblich ist, aber laut Bibel natürlich nie wahrnicht ist und auch nicht sein wird. Und auch hier sehen wir also den Zahlenwert 666. Deswegen gehen viele davon aus, besonders Siebentagsadventisten, dass der Papst der Antichrist ist und dass das sozusagen das Geheimnis der Zahl 666 ist. Und wenn wir lesen, die Zahl eines Menschen ist damit der Papst gemeint, das ist eine Auslegung, die von sehr vielen Christen vertreten wird. Ich bin anderer Meinung, aber das ist erstmal hier nicht das Thema. Wir schauen uns das nächste Beispiel an, nämlich CERN. Und wir haben ja schon oft über CERN dieses Unternehmen, sage ich mal, Videos gemacht. Die machen ja sehr viele Experimente, haben schon irgendwie Partikel und Geistwesen gesehen und so weiter. Und das Logo von CERN, an dem sich ja viele Nationen beteiligt haben an diesem Projekt für die Wissenschaft, das Logo von CERN, so wird auch gefragt, warum hat CERN 666 als Logo? Und wir sehen hier rechts auf dem blauen Bild das Logo von CERN. Und um dieses Wort CERN, die weißen Kreise, wenn man die auseinander nimmt, und das kann man auf einigen Bildern noch sehen, dann sind das in der Tat drei Sechsen, die hier mit dem CERN-Projekt in Verbindung stehen. Und so heißt es auch im Buch von Lydia West, und zwar dem Buch Off the Grid and Into the Light. Ich habe Bilder und mehr Bilder und Variationen des Logos für CERN mit der Nummer 666 gesehen, die in und um alles herum geführt ist, was mit CERN zu tun hat. Und zum Beispiel eben auch in diesem Logo von CERN, in dem wir auch die drei Sechsen wiederfinden. Und allgemein das, was in CERN gemacht wird, das ist etwas, was auch sehr gefährlich ist und was wir als Christen auf jeden Fall nicht für die Wissenschaft irgendwie unterstützen. Und ganz unten sehen wir auch auf dem kleinen Bild die Gottheit Shiva. Und diese Statue, die wir auf dem Bild sehen, ist direkt vor diesem CERN-Projekt aufgestellt. Wir schauen uns mal an, was das für eine falsche Gottheit ist. Denn Shiva ist einer der Hauptgötter des Hinduismus und im Shivaismus gilt er den Geläubigen als die wichtigste Manifestation des Höchsten. Also so eine Art Hauptgott des Hinduismus. Und als Bestandteil der hinduistischen Trinität, nämlich Trimurti genannt, mit den drei Aspekten des Göttlichen, also mit Brahma, der als Schöpfer gilt, und mit Vishnu, dem Bewahrer, verkörpert Shiva das Prinzip der Zerstörung. Warum hat man also bei CERN, wenn schon, nicht eine Statue von Brahma oder von Vishnu genommen, also von der Schöpfung oder von Bewahrer? Nein, man nimmt Shiva, die Gottheit, die das Prinzip der Zerstörung verkörpert. Und wir sehen auch im Hinduismus gibt es eine Trinität, eine Trimurti. Es gab es schon lange, bevor das Christentum das aufgegriffen hat, durch die Kirchenväter. Es ist aus dem Heidentum entsprungen, das gab es schon in Ägypten und in Babylon. Und die Kirche hat es halt umgedreht für ihre Zwecke, aber davon lesen wir soweit nichts in der Bibel. Wir lesen aber weiter, und zwar die nächsten Beispiele, und jetzt wird es eher ein bisschen politischer, nämlich der UN-Migrationspakt im Bundestag wurde ja verabschiedet. Und das ist nicht irgendein Gesetz, denn dieses Gesetz ist praktisch dazu da, um das, was Merkel 2015 getan hat, die ganzen Flüchtlinge reinzulassen mit offenen Grenzen, dass dies legalisiert wird. Und dann haben wir natürlich vor allem in Deutschland ein Riesenproblem. Es hat sich umgesprochen, dass wir offen für alle sind und für alles. Und dass hier auch Verbrecher nicht sehr hart bestraft werden. Die Abstimmung funktioniert auch nicht, man kann immer wiederkommen. Also, das ist natürlich ein Paradies, da würde ich natürlich auch hinflüchten, ist ja klar. Und so heißt es in einem Artikel vom 29. November 2018, Bundestag stimmt für UN-Migrationspakt ab. Der Bundestag hat den Antrag der Großen Koalition zum UN-Migrationspakt angenommen. Von 666 Stimmen votierten 372 mit Ja, 153 stimmten mit Nein, 141 Parlamentarier enthielten sich. 666 Stimmen haben hier abgestimmt für den UN-Migrationspakt, der mit Sicherheit noch für sehr viel Schaden sorgen wird in Deutschland und in Europa und allgemein weltweit. Auch hier sehen wir die Zahl 666 unter keinem guten Mond sozusagen, wenn wir uns anschauen, mit was für einem Gesetzentwurf das zusammenhängt. Dann, Macron wurde ja in Frankreich zum Präsidenten gewählt 2017 und wir schauen uns mal an, mit wie viel Prozent das geschehen ist. Unser kleiner Sonnenkönig. Am 8.05.2017 wurde nämlich berichtet, Ergebnis bei Frankreich-Wahl. 66,6 Prozent stimmten für Macron. Nach Auszählung von 99,99 Prozent der abgegebenen Stimmen hat der parteilose pro-europäische Kandidat Emmanuel Macron gestern bei der Stichwahl in Frankreich 66,6 Prozent der Stimmen erhalten. Und Macron ist natürlich ein Globalist und jemand, den wir als konservative Christen jetzt nicht wirklich befürworten oder unterstützen würden. Und deswegen ist er ja auf der Gegenseite, auf der Seite der Neuen Weltordnung, der Globalisten und so weiter und so fort. Und deswegen eigentlich auch kein Wunder, dass er 66,6 Prozent der Stimmen erhalten hat. Und dann schauen wir mal über den Tellerrand hinaus außerhalb Europas in die Vereinigten Staaten von Amerika, wo ja der Mann von Donald Trumps Tochter, Jared Kushner, ein Gebäude gekauft hat, das in der Tat auch sehr interessant ist, so wie schon viele berichtet haben, nämlich die 666 Fifth Avenue. Denn es wurde berichtet in der FAZ.net, 26. Mai 2011, der mit Trumps Tochter Ivanka verheiratete Kushner hatte vor vier Jahren auf dem Höhepunkt des Immobilienbooms das 39 stockwerkehohe Bürogebäude 666 Fifth Avenue für 1,8 Milliarden Dollar gekauft, fast vollständig finanziert mit Krediten. Und dieses Gebäude, das wir heute unbedingt haben, und ich meine 1,8 Milliarden Dollar für ein Gebäude, das ebenfalls die Zeit 666 beinhaltet, die 666 Fifth Avenue. Und 39 Stockwerke, jetzt könnte man natürlich sagen, gut, wenn wir die 9 von der 39 umdrehen, das ist eine 6, dreimal die 6, haben wir schon wieder 666. Aber da wollen wir nicht zu viel hineininterpretieren, aber schon interessant, dass Trumps Schwiegersohn hier so ein Gebäude mit der 666 irgendwie sich gekauft hat, für 1,8 Milliarden. Aber das war auf jeden Fall ein Verlustgeschäft, wie wir heute wissen. Wer mehr über Jared Kushner erfahren möchte, der hat ja eine Art Friedensplan. Deswegen müssen wir ihn auch auf dem Schirm haben, denn es wird ja ein falscher Frieden geben. Und deswegen, wer mehr über ihn erfahren möchte, kann sich gerne das Video anschauen. Trumps Superman Jared Kushner, wahrer Jude oder falscher Messias? Und da gehen wir auch mehr auf dieses Bürogebäude 666 in der Fifth Avenue ein. Gehen wir jetzt darauf ein auf zwei weitere Beispiele, nämlich auch unter anderem Energy Drinks. Und vielleicht kennen die einen oder anderen das Energy Drink Monster, von dem man auch Monster-mäßig Bauchschmerzen bekommt, wenn man zu viel davon trinkt. Wer das nicht vertragen kann, da reicht wahrscheinlich schon eine Dose aus, weil das ja so große Dosen sind, das ist mehr als 0,3 Milliliter drin, sondern 0,5 und das ist natürlich schon ein bisschen mehr. Und hier rechts sehen wir diese Dose dieses Monster Energy Drinks und wir sehen ja so drei Striche und das sind hebräische Buchstaben, die wiederum den Zahlenwert 6 haben, nämlich der Buchstabe, und das haben wir ja vorhin schon gesehen, der Buchstabe warf. Das heißt, diese drei Striche, mehr oder weniger so sieht es aus, oder Stäbe, die wir auf dieser Dose rechts sehen, sind ebenfalls 666. Wir trinken also nichts Gesegnetes, nichts Heiliges, um es mal so zu sagen, und vor allem nichts Gesundes. So heißt es am 14. Januar 2019 in einem Artikel auf blick.ch, seit gut einer Woche macht ein irres Video die Runde, in dem eine gläubige Christin beweisen will, dass Satan hinter dem Energy Drink Monster steckt. Im ursprünglichen Video erklärt die christliche Amerikanerin unter anderem, dass das Monsterlog eigentlich kein M, sondern dreimal der hebräische Buchstabe warf, der für die Zahl 6 steht sei. Das ergebe 666, die biblische Zahl des Teufels. Also ich kann bei weitem nicht erkennen, rechts, wie das ein M dastehen soll. Das hat nichts mit einem M für Monster oder so zu tun, sondern das ist in der Tat, sind das die hebräischen Buchstaben warf, Zahlenwert 6, 3 mal dasselbe, also 666. Es gibt ja auch Energy Drinks, wo Pentagramme drauf sind. Also es ist egal, ob im Essen, im Trinken, im Fernsehen, überall werden die Symbole beschrieben, gezeigt, gefördert, aber die Menschen sehen nicht, was sie da sehen, hören, trinken oder essen. Dann kennen wir ja alle wahrscheinlich, oder was heißt alle, viele auf jeden Fall, die meine Videos kennen, auch über die okulte Unterhaltungsindustrie, die wissen, dass natürlich viele Stars dieses Handzeichen machen, das als OK-Zeichen gilt. Man sagt, und geht's dir gut, macht man so ein Handzeichen, wie wir auf dem gelben Bild hier in der Mitte unten sehen, das soll OK heißen, aber wir wissen, die okulten Stars, für die ist es 3 mal die 6, denn wir sehen den Kreis und 3 mal sozusagen den Schirm um den Kreis, also 3 mal die 6, und so wird es auch berichtet. Das OK-Zeichen bedeutet nichts anderes als 3 mal für die 3 Finger, die gespreizt nach oben zeigen und 6 jeweils mit dem Daumen und dem Zeigefinger den Bauch bekommen. Es sind 3 Sechsen, was nichts anderes bedeutet, als das Zeichen des Teufels, also 666. so heißt es in einem Artikel vom 24. Januar 2016 und dieses Handzeichen ist also ein okkultes Handzeichen und hat nichts mit gut oder OK zu tun, das sollten wir lieber lassen, überhaupt gar kein Handzeichen machen. Daumen hoch, wenn es einem gut geht, ich glaube, das reicht. Ansonsten sollten wir uns da fernhalten, es gibt auch die Satan-Zörner und so weiter, aber es geht ja heute vor allem um die Zahl 666 und wenn wir schon beim Thema waren gerade, schauen wir doch mal an die Musikindustrie und schauen uns das letzte Beispiel noch an, wo es um die Zahl 666 geht, nämlich eben in der Musikindustrie, auch in der Filmindustrie, aber wir schauen uns erstmal die Musikindustrie an. So wird berichtet, auch in der jüngeren Zeit wird die Zahl, nämlich 666, von Musikern verwendet. Die Bernd Himm veröffentlichte eine EP mit dem Titel 666 Ways to Love und spielte das Lied Your Sweet 666 auf ihrem Album Greatest Love Songs Volume 666. Da wird einem ja schon schwindelig vor lauter Sechsen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und weiter geht's. Am 6. Juni 2006, also am 6.6. 2006, kam die Single Kalt vom Album Chris Illusion, der amerikanischen Trash-Metal-Band Slayer heraus und auf dessen Cover ist ein verstümmelter Jesus Christus mit der Zahlfolge 666 auf der Brust zu sehen. Das ist natürlich widerlich und abscheulich. Es gibt so viele Beispiele, das war jetzt mal ein grober Zusammenschnitt von Wikipedia sozusagen, aber schauen wir uns mal ein Nied an, nämlich Iron Maiden mit dem Titel The Number of the Beast, ist also die Zahl des Tieres, die Zahl des Biestes. Da heißt es, denn der Teufel entsendet das Tier mit Zorn, denn es ist eines Menschen Zahl, die Zahl lautet 666, also entnommen vom Buch der Offenbarung. Das Ritual hat begonnen, Satans Werk ist getan, 666, die Zahl des Tieres. Und es ist die Zahl eines Menschen und die Zahl des Antichristen und der bekommt seine Macht von seinem Gott, nämlich von Satan, dem Teufel. Und deswegen sehen wir viele, viele Stars in der okkulten Musikindustrie, die Handzeichen, auch ein Kultes, Songs schreiben und keine guten Vorbilder sind, weder für Jugendliche noch für Erwachsene, aber die Jugend natürlich, die werden schneller verführt, als jemand, der schon sozusagen mit beiden Beinen im Leben steht. Wir schauen uns dann noch einen Artikel an vom 23. Juli 2018 über J.C., der ja auch ein Okkultist ist und sagte, dass er von den Geistern besessen ist und in einem seiner Lieder sagt er auch, dass Jesus dich nicht retten kann und die Kirchen werden enden und dann beginnt erst das Leben. Solche Songtexte hören heute Jugendlichen und kein Wunder, dass diese Stars so reich sind, denn sie haben ja ihre Seele dem Teufel verkauft. In diesem Artikel heißt es, J.C. ist bekannt für seine Rapmusik. Neben dem Lied 99 Problems hat er einen Song veröffentlicht mit dem Namen Lucifer. Das Skandalöse war nicht der Titel des Liedes, sondern eine bestimmte Szene im Song. Es gibt eine musikalische Stelle, die seltsam geklingt. In einem Studio in den USA spielte man die Stelle rückwärts ab und halbierte die Abspielgeschwindigkeit. Aus dem unerkenntlichen Ton wurden die Worte 666, Murder, Murder, Jesus. Da kann man das auch auf YouTube wirklich sehen. Einige haben das schon abgespielt und haben das auch bewiesen. Wenn man also diesen Song Lucifer bei gewissen Stellen rückwärts spielt, dann rappt J.C. tatsächlich 666, Murder, Murder, Jesus. Also er morde Jesus und so weiter. Also absolute Gotteslästerung von J.C. Genauso seine Frau Beyonce ist auch nicht besser. Sascha 4 ist ihre gespaltene Persönlichkeit, Dämonen ohne Ende. Da kann man nur Jesus dem Herrn danken, dass wir vielleicht keine Millionäre sind oder irgendwie sehr reich sind, aber dafür auf jeden Fall Reichtum besitzen für die Ewigkeit, nämlich den Glauben an Jesus Christus und bald das ewige Leben, während einige dieser Stars womöglich Aufenthalt im ewigen Feuer sie haben werden und dort verbrannt und ausgelöscht werden, so wie auch Sodom und Gomorra ausgelöscht worden sind. Schauen wir uns zunächst aber nochmal ein bisschen was an, was die Bibel zu sagen hat über den Teufel und auch über das, was wir tun sollen beziehungsweise nicht tun sollen. Wir schauen erstmal, was Jesus Christus selbst sagte in Johannes 8,44, als er einige kritisierte und sagte, ihr habt den Teufel zum Vater und was euer Vater begehrt, das wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Der erste Lügner überhaupt, der es ihm, den es jemals gab in den Weiten des Universums, war also Luzifer, Satan, der Teufel, ein Menschenmörder und vor allem lesen wir, dass er ein Lügner ist. Er ist der Vater der Lügen und die Wahrheit ist nicht in ihm. Und was das zu bedeuten hat, die Wahrheit ist nicht in ihm, nun zum einen, Jesus sagte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Natürlich ist Jesus nicht im Teufel, aber das war damit gar nicht gemeint, sondern das, was damit gemeint war, was Jesus hier sagte, finden wir ebenfalls von Johannes erklärt, nämlich im ersten Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 3, da ist es nämlich ebenfalls und daran erkennen wir ihn, nämlich Gott, daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält doch seine Gebote nicht, der ist ein Lügner und in einem solchen ist die Wahrheit nicht. Jesus sagte in Johannes 8, der Teufel ist ein Lügner und in ihm ist die Wahrheit nicht. Johannes sagt dann im ersten Johannesbrief, wir sind auch Lügner, wenn in uns nicht die Wahrheit ist, nämlich die Gebote Gottes. Deswegen heißt es im Psalm 119, ab Vers 6, dann werde ich nicht zu schanden werden, wenn ich auf alle deine Gebote achte. Alle deine Gebote sind Wahrheit, sie aber verfolgen mich mit Lügen, wie der Teufel. Aber du bist nah, oh Herr, und alle deine Gebote sind Wahrheit. Meine Zunge soll reden von deinem Wort und alle deine Gebote sind gerecht. Ungerecht ist die Gesetzlosigkeit, die Übertretung der Gebote Gottes, denn dazu, deswegen haben wir also viel Chaos auf der Welt, würde hier das Gesetz gelten, gibt es keine Hellseher oder Okkultisten oder solche okkulten Lieder, das würde alles abgeschafft und vernichtet werden. Aber weil die Gesetzlosigkeit hier bei Hand nimmt und die Gebote Gottes in die Mülltonne geworfen wurden, sogar vom Christentum selbst, brauchen wir uns nicht zu wundern, sondern dass es hier so aussieht, wie es aussieht. Aber schauen wir uns zum Schluss mal an, was die Zukunft, was den Vater der Lügen erwartet und was den Antichristen und den falschen Propheten der Endzeit erwartet nach dem tausendjährigen Königreich des Messias. In Offenbarung 20, Vers 10 heißt es, Der Teufel, der sie verführt hatte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo das Tier ist, nämlich der Antichrist und der falsche Prophet und sie werden gepeinigt werden von Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der Teufel teilt sich also sein neues Zuhause mit dem Antichristen und dem falschen Prophet, die zu jener Zeit nach tausend Jahren immer noch im Feuersee sein werden, was normale Menschen nicht sind, weil sie werden ja dann verbrannt und zu Asche gemacht, wenn dann sozusagen das Endgericht kommt, die Abrechnung, was bedeutet, dass der Antichrist und der falsche Prophet in der Tat übernatürliche Wesen sind und nicht sterben können, weswegen sie ewig brennen von Ewigkeits-Ewigkeit, genau wie der Teufel. Das war es also mit der Offenbarung der Zahl 666. Der Teufel steckt in der Tat im Detail, in vielen Details, in vielen, vielen Dingen, die uns gar nicht so bewusst sind, wenn wir sie sehen, hören oder lesen, aber ich hoffe, ich könnte vielleicht noch ein bisschen was klar und deutlich machen, dass der Teufel in der Tat wirklich sucht, wen er verschlingen kann, wie ein Löwe und deswegen müssen wir auf der Hut sein und die Wahrheit ans Tageslicht bringen und aufdecken, was in Finstern geschieht, das ist ja auch ein Befehl der Bibel. Dann möchte ich noch erwähnen, meine Serie Die Bühne der Illuminaten die okkulter Unterhaltungsindustrie. Das ein oder andere wird darin erwähnt, was wir in dem einen oder anderen Video auch schon mal erwähnt haben, aber da gibt es auch viele neue Lieder, viele neue Dinge, die wir dort besprechen in dieser Serie und für jeden, der sich da ein bisschen damit beschäftigen möchte, dem würde ich diese Serie auf jeden Fall ans Herz legen. Die Bühne der Illuminaten, die okkulte Unterhaltungsindustrie, gehen wir nicht nur auf die Musikindustrie ein, was wir vor allem in den ersten Folgen jetzt getan haben, auch auf die Filmindustrie, auf die Medien allgemein und auf Computerspiele, auf vieles mögliche und da hoffen wir, dass wir so viele vielleicht noch von der Wahrheit überzeugen können, denn die Wahrheit, wir wissen, kommt ans Tageslicht. Dann möchte ich euch zum Ende dieses Videos nochmal segnen und hoffe, dass ihr das ein oder andere mitnehmen konntet. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 im Auftrag des ZDF für funk, 2017